Ich hatte einen Mini-Pilz, der war geil. Jetzt habe ich ihn verloren. Ich hätte ihn auch haben können. Der ist aber geil. Du magst ihn ja gar nicht. Wo wollen wir hin? Oben oder unten? Es geht gar nicht oben. Natürlich. Da ist ein Level. Und da ist ein Level. Achso, dann müssen wir erst oben. Du willst erst oben? Nein, ich dachte du meinst das da oben. Nee, ich meine hier. Also oben. Okay. Okay. Oh nein. Huf! Ah, Kettenhunde. Nein. Ich habe Nein gesagt. Alter, bist du! Die tun einem dann eigentlich nichts mehr, glaube ich. Glaube ich. Alter, wie das bei mir ein Lank gesprungen wurde. Oh nein, nein. Alter, nee. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Dreckiges Dreckshörnchen. Mit dem habe ich auch schon erfahren, oder? Oh Gott. Ich habe nur ein Zeichen gesandert. Aber noch mal, den müssen wir freilassen, aber auf der linken Seite. Gehen mal auf die linke Seite bitte, oder lass den frei, wenn er... Nie, komm. Probier's aber. Toll. Toll, da war jetzt ja so viel. Ah. Du hast... Du hast mehr Leben als ich. Ja. Alter! Nicht schon wieder, du. Ich will gleich rein, da war doch irgendwas. Wow. Eben, finde ich. Nein. Dafür riskier ich nicht mein Leben. Nee, ich auch nicht. Hallo. Toll! Ich denke, der springt nach unten und was? Nach unten springen? Ja, also... Alter. Alter. Oh. Oh. Ein Fahrstuhl. Ich mag Fahrstuhl. Ich bin links. Du Pöhnchen. Mab. Ihr seid kacke, wisst ihr das? Kannst du das auch? Toll. Was war das? Ja, ein Leben, aber da kam ich jetzt ja nicht ran. Wäldchen, darf ich hin, darf ich hin? Musst du auch? Yay. Klar, ich muss... Das ist hier jetzt aber relativ einfach, oder? Aber gleich werde ich sowieso getroffen. Das wäre so typisch gewesen. Toll. Ich will doch dabei. Nein! Ach, scheiße! Du kriegst das, oder? Du kriegst das, was ich will. Ist da links noch irgendwas? Hm. Ach, kacke. Das kann ich dir sicher nicht mal freilassen, oder? Ne. Das war nur zum, damit er da weglaufen kann. Jetzt habe ich kein Klughörnchen mehr. Ja. Ja. Ich guck ganz unschuldig. Ich mach nichts. Mach wirklich nichts. Ich hätte nur bisher angeguckt. Alter. Alter, Walter. Jetzt unten. Das ist irgendeine Bahn, Schienen, Strecken, Dingsbums. Wir fahren da sicher mit irgendwas. Oh, da in der Höhle. Nein! Nimm mich auf. Dann kann ich, krieg ich das auch. Ja, dann komm her. Ja, du musst dich jetzt nehmen. Yay. Er dauert. Oh mein. Alala. Alala. Ja, ich bin für Klöntchen weg. Freust dich. Alter, ist das ätzend. Ich dachte, ich hätte sich rutschen. Ich will raus. Freu dich bei dir. Tja. Dann kann ich immer haben, was man will. Müssen wir da hin oder ist rechts noch irgendwas? Nee, das ist mega, was rechts ist. Na, da nicht. Da kommt jetzt eh hin. Nee, eben nicht. Fast. Das Fast hilft dir jetzt auch nicht mehr, Ina. Ba, 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 da, oh je. Danke. Wie soll ich da bitte jetzt noch rankommen? Ja, so nicht. Das war fast eine gute Idee. Eine fast gute Idee. Aber wenn ich jetzt alleine gewesen wäre, hätte ich es nicht geschafft, weil dann wäre ich runtergefallen. Aber dann hätte ich die Dinger auch nicht kaputt gemacht. Ja, stimmt. Dann wäre ich hier wie so ein Pro. Ja, naja, das wird ein Pro. Ja, ja. Ah, ja. Hier am Rumfailen und dann sagen, dass ich kein Pro bin. Das sowieso nicht. Das fände ich irgendwie gut. Haha, Bombe. Die hat von Bombenstimmung verbreitet hier. Ich will rechts fangen. Oder auch nicht. Ich kann da mal die ganze Zeit raus. Wo müssen wir denn hin jetzt? Da oben, oder? Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Oh, da komme ich aber auch nicht lang. Alter. Ich sehe echt nicht, wo wir jetzt genau hin müssen. Ich glaube nicht. Egal. Oder durch die Röhre? Das kann natürlich auch sein. Ja, ich versuche gerade da irgendwie hinzukommen. Ah ne, da kann man hoch. Weiter. Weißt du was? Ich schieße zurück, du Arsch. Haha. Boah, die Münze will ich jetzt aber haben. Ich mach dir mal nicht. Yay. Mach dir Licht. Es werde Licht, sagte Ina. Und sprang gegen einen Schalter. Oh, shit. Ich bin da schon extra drauf gesprungen. Und hab ich es schon wieder nicht gekriegt. Einmal das Leben. Tu nicht so. Was? Ich weiß nicht, was du hast. Dass du mehr Leben hast. Hä? Hä? Das wusste ich noch gar nicht. Josch, die ist so runterschmeißen. Warum machst du das gerade? Ähm. Jetzt drücken... Ah, warte, warte. Noch mal runter. Wir drücken jetzt nämlich den roten Knopf. Und dann... Cool, ne? Jetzt gehen wir mit ihm in eine Wunderblabie. Haha, kann er uns. Zugucken, wie wir failen. Oh, fuck, ja. Ich geh wieder oben hin, ne? Ich sammeln unten wieder alles Hayley ein. Vielleicht hast du hier wieder einen mehr als ich. Yay, Geld. Boah. Nein, jetzt hab ich schon einen gesammelt. Ganz toll. Ich hab schon zwei Ups. Ich hab einen Bowser eingesammelt. Ich hab noch einen Up. Und ich hab einen Up und einen Bowser. Ein Up. Geld. Geld. Ach, scheiße. Fuck. Ah, jetzt hab ich einen Up. Eingesammelt. Ich hab einen Bowser. Ja, toll. Noch einer. Nein, ich hab einen Bowser. Ah. Ein. Ah, drei. Bin ich sogar vier. Toll, zu Ende hast du so gut eingesammelt. Ich stand da einfach nur in der Mitte rum. Ja, dass du daran halt nicht einfach nur rumstehen. Ja, ich wollte gerade zur Seite gehen. Und dann kamen die alle auf mich zu. Und dann haben mich angegriffen. Und da konntest du dich gar nicht mehr wehren. Ja. Und zwar. Das sind sogar. Alter, wie viel sind da? Aber mal. Also hier jetzt bei uns ist David mit. Ich mag Kakao. Back Kakao. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So, dann links Sebastian sagt Bobben. 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 Okay. Dann da drüber, also beim Schloss, sagt Jumbo, cooles Level. Und links daneben ist Rolli mit Ux. Oh yeah. Achso, das sind Y und U yeah. Ja, U yeah. Achso. Ich mag er nicht mehr mitlesen. Nein. Ich meine, das sah aus wie ein X und nicht wie ein Y. Ach ja, scheiße. Ups. Nicht die 1 loslassen. Wie machst du das mit den Blasen? Schütteln. Kommt wieder überhaupt dran? Ich weiß es nicht. Soll ich probieren? Oh. Nein. Ah! 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 Danke! Sorry, aber Alter, ich konnte... Nee, du verlierst deinen. Nein, ich verliere den nicht. Ah! Ach ja, natürlich. Ich bin mir fast. Warte. Alter. Pff. Ah, nein! Nein, Alter! Boah. Der wird da fast runtergelaufen, der Arsch. So. Du kannst fliegen. Alter! Alter, ich weiß gar nicht, wie das mit dem Fliegen richtig geht. Ausprobieren. So, Yoshi. Kann ich mich auch irgendwie drehen? Kann ich mich mal so fies drehen? Ups. Naja, ist dir sowieso lieber, ne? Ja. Mach mal... Ah, verdammt. Wir haben nichts mehr zum Gegenschießen. Ich! Warte, ich fress. Toll. Ich würde dir doch nicht helfen. Yay! Das war süß. Oh, der tut. Ich fahr' noch durch dich. Jetzt springe ich. Start. Nein! Naja. Ist alles gut gegangen. Oh. Ey, ich kann mit dem Schwimmen, das wusste ich. Äh, schwimmen, fliegen. Wuii, das ist geil. Ich bin voll die Geheimwaffe jetzt, ey. Was ist da unten mal? Ja, geht nicht. Dann verliebt man Yoshi. Egal. Alter. Ja, klar. Denk ich auch. Nein! Mark! Alter, wenn, dann gerecht heilt. Ina, du hast schon... Da kann ich nichts für, dass ich nicht so oft sterbe wie du. Als du. Nee. Als wie du. Wie du. Als wie ich. Nee, ich weiß nicht. Ist mir auch scheißegal. Ist auch scheißegal. Wir haben jetzt nicht Grammatikstunde mit, mit Ina und Mark. Oh mein Gott, wie schwierig! Wenn du Rissenfliegerhörnchen und ich krieg' ein Level-Up. Äh, ein One-Up. Da kann ich hinziehen. Oder doch nicht. Da kann ich hinfliegen. Wie man steht. Wie man steht. Wie man steht. Jetzt lauf. Ich muss da auch mal lang. Ja, ist ja gut. Toll. Oh mein. Ach, gut. Oh! Nein! 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 Mann! Mann! Alter. Alter Mark! Mark! Wie kacke! Echt! So ein Stück vom Level, ey! Vom Level-Ende! Vom Level, ja. Vom Level-Ende! Bis zum nächsten Mal.